Jawoll, ein zu einer. Seeg, seeg, seeg. Ja, so, die dängere Striche, so, dängere, dann. Jawoll, ein zu einer. Seeg, seeg, seeg. Ja, so, die dängere Striche, so, dängere, dann fahren. Das ist das erste Mal, dass ich einen Baum fälle. Was ist denn noch, wie, dass ich alleine mit einer Säge mache, weißt du noch, mit den Fichten, du, da, zerren. Ja, das müssen wir alles mal lernen, gell? Und das nur mit einem Seil und das mit diesen Muckis. Ab und zu Pause und dann, jetzt kann ich ihn noch nicht umkippen, weißt du. Ich stehe jetzt noch in der Schussrichtung. Du stehst eigentlich genau in der Richtung, aber der fällt genau da, das heißt, du hättest noch eine Chance. Aber jetzt gibt's den noch nicht. Das heißt, du kannst jetzt in die Gefahrlinie eigentlich einsteigen. Aber ich bin schon fast in der Mitte, ungefähr. Probieren wir von der anderen Seite. Da, wo ich das dann hier von der Seite mal probieren. Da rein. Ja. Ich bin kein Linkshänder. So, ja. Oder da auch ein bisschen, ja. Die Stelle, ja. Cool. Äh, genau die Dings und länger. So schön, äh, gleichmäßiger. Wichtig. Gleichmäßiger, mehr drücken. Okay. Ja. So, jetzt geh ich noch mal dran.